Hey, warum hörst du auf? Ich kann nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. Hast du die Medikamente für heute Abend genommen? Die Rosakügelchen? Die Glücksmacher? Sollte ich? Ja klar. Bin ich denn so langweilig? Ich kann dir auch ein Witzbuch rausholen. Du machst mir echt Angst, wenn du so bist. Ist doch überhaupt ein Wunder, dass der Veranstalter überhaupt noch Gage rausrückt? Nach deiner letzten Blamage. Vielleicht hat Ihnen ja auch mein kleiner Auftritt gefallen. Hast du dabei nur eine Minute mal an mich gedacht? Weißt du, was du da riskierst? Glaubst du, ich kann das finanziell alleine stemmen, wenn sie dich wieder abholen? Ach Mario, das ist wieder das Einzige, woran du immer denkst. Wenn ich dich nicht so gerne hätte, dann würde ich dich jetzt gegen die Wand klatschen. Zähl auf mit dem Scheiß. Im nächsten Leben vielleicht. Vielleicht bist du im nächsten Leben nicht so ein Störkopf. Selber. Tage.